Hallihallo meine Lieben, herzlich willkommen zu unserem heutigen YouTube-Video. Der Mario wird euch heute einige spannende Dinge erzählen zum Thema Auswandern nach Dubai. Bleibt auf alle Fälle bis ganz zum Schluss dran und wir sehen uns später noch mal kurz. In den Medien wird das Thema Auswandern nach Dubai derzeit sehr, sehr stark thematisiert, speziell bei sehr vielen Influencern, die jetzt irgendwie alle scharrenweise nach Dubai auswandern. Man muss aber ganz klar sagen, bei den meisten Leuten ist es ja so, dass dies keine spontane Entscheidung ist. Ich bin jetzt seit ca. 6 Monaten in Dubai, das war auch sehr, sehr gut überlegt und ja, dass Covid jetzt da auch dazwischen gekommen ist, ist halt so, aber Fakt ist auch, dass es nicht verboten ist, sich weltweit zu bewegen, auch wenn es einige Leute nicht so gern sehen, gibt es trotzdem meiner Meinung nach auch gute Gründe, warum man jetzt z.B. eine Auswanderung vornimmt. Also die Punkte werden wir eh gleich durchgehen. Es gibt im Vergleich zu Europa wesentliche Unterschiede hier, was die Corona-Thematik betrifft. Also es gibt hier auf Dubai keinen Lockdown, wir haben zwar auch hier eine Maskenpflicht und seit neuestem ist es so, dass auch Livemusik verboten ist und die Clubs um 1 Uhr schließen, aber ansonsten gibt es eigentlich keine anderen Einschränkungen, die man hier zu erwarten hat. Es ist wichtig zu wissen, dass ohne Visum passiert einmal gar nichts. Das heißt, wenn du hier keinen Job hast in Dubai, dann wird es schwierig hier auch länger als drei Monate zu bleiben. Ich kenne einige Leute hier, die sind hierher ausgewandert mit dem Touristenvisum, haben dann auch sich einen Job gesucht und auch relativ schnell gefunden. Wie gesagt, man sollte sich auch vorher schon im Klaren sein, was man hier alles benötigt. Prinzipiell zum Thema Jobsuche sei gesagt, dass wenn man eine gute Qualifikation hat, wird man auch hier einen Job finden. Aber speziell, was jetzt so die Gastronomie anbelangt, also alles, was irgendwie, und das ist jetzt vielleicht blöd gesagt, aber es ist so, alles was irgendwie ein Inder, ein Pakistani oder ein Filipino machen kann, der sehr wenig Geld kostet, zu dem Thema kommen wir auch noch kurz darauf zu sprechen, da wird es schwer einen Job zu finden. Aber ansonsten, wie gesagt, überhaupt kein Problem. Und ja, meiner Meinung nach ist Dubai ja eine Überlegung wert. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist ganz, ganz klar. Aber speziell jetzt während der Covid-Zeit gibt es weltweit wenige Länder, wo man hin kann, sich auch frei bewegen kann und da ist Dubai definitiv eines davon. Jetzt kommen wir gleich zu meinem Lieblingsthema und zwar das Thema Steuern. Auch das wird jetzt sehr heiß diskutiert, dass die meisten Menschen hier nach Dubai flüchten, um keine Steuern zu bezahlen. Auch bei sehr vielen Influencern ist das ja scheinbar so. Gott sei Dank bin ich kein Influencer und habe auch nicht vor, einer zu werden. Ich bin schon seit längerer Zeit selbstständig und ich bin nicht direkt von Österreich nach Dubai ausgewandert. Ich bin schon vor eineinhalb Jahren nach Zypern ausgewandert. Habe aber auch dort noch meine Firma und habe meinen zweiten Sitz hier nach Dubai verlegt. Das ist aber auch nicht der hauptausschlaggebende Grund wegen der Steuersparnis nach Zypern zu kommen. Man muss das sehr, sehr differenzieren. In meinem Fall zum Beispiel ist es so, ich bin in der IT-Branche tätig. Genau gesagt habe ich mit Kryptowährungen und Co. zu tun. Und der Grund für mich, warum ich ausgewandert bin, war in erster Linie die Regulierung durch den österreichischen Staat. Also wenn man Österreich, Deutschland, Schweiz ist es, sage ich einmal, als junges, aufstrebendes Unternehmen in diesem Sektor sehr, sehr schwer sich zu behaupten, weil einfach der ganze regulatorische Prozess so schwierig ist. Es werden einem so viele Steine in den Weg gelegt, dass man einfach nicht wettbewerbsfähig bleiben kann. Und deswegen hat sich für mich damals das Thema gegeben, dass ich nach Zypern auswandere. Jetzt, wie gesagt, weiter nach Dubai. Und dass man Steuern sparen kann, ist ein schöner Nebenfaktor. Aber finde ich, der hauptausschlaggebende Grund für mich jetzt zum Beispiel hier auszuwandern. Man muss auch ganz klar sagen, die Leute, die hier auswandern, die geben auch sehr, sehr viel Geld aus. Es werden fast sämtliche Produkte, die wir auch so aus Europa kennen, werden hier nach Dubai importiert. Das heißt, es kommt auch auf indirekten Wegen einfach wieder sehr, sehr viel Geld zurück nach Europa. Denn was eben das Thema Steuern angeht, meistens wird ja das Bashing nur bei den Selbstständigen betrieben. Das heißt, man kommt nicht dem Unternehmen nach Dubai, um sich der Steuerlast zu entziehen. Man muss hier differenzieren, ist man jetzt selbstständig oder ist man ein Angestellter. Das heißt, wenn ich ein Angestellter hier irgendwo bin bei einem Unternehmen, dann regt sich eigentlich keiner drüber auf. Wir sprechen nun mal ganz kurz über die Lebenskosten in Dubai. Wie euch wahrscheinlich schon bekannt ist, ist Dubai nicht ein ganz, ganz günstiges Pflaster, wobei man hier auch wieder relativieren muss. Also das kommt zunächst mal, wenn ihr hierher kommen möchtet, einmalige Kosten auf euch zu. Wenn ihr einen Job gefunden habt, ein Angestellter seid, dann wird in der Regel das Visum, die Emirates-ID, die ganze Einwanderung hier, wird vom Arbeitgeber übernommen. Wenn man aber selbstständig ist, muss man das natürlich alles selbst tragen. Das heißt, man hat hier die Firmen-Setup-Kosten, man muss den Medical-Check machen, man braucht das Visum, man muss ein Geschäftskonto eröffnen. Das kostet ja schon eine Stange Geld, kommt natürlich auch darauf an, welches Firmen-Setup man hier machen möchte. Aber ich sage mal, hier bist du minimum mal mit 10.000 bis 15.000 Euro, bist du mal dabei, wenn du hier eine Firma aufsetzen möchtest. Thema Wohnen, die Wohnkosten. Hier ist es natürlich auch so, man kann relativ günstig wohnen, wenn man abseits ein bisschen draußen ist. Wenn man aber hier, so wie hier zum Beispiel erste Reihe im Strand wohnen möchte, dann wird es natürlich ein bisschen teurer. Gleich zum Vergleich, wir wohnen jetzt in so einem 50 Quadratmeter Studio-Apartment, direkt mit Blick auf das Atlantis-Hotel, also erste Reihe. Wir bezahlen mit allen Nebenkosten derzeit ca. 1800 Euro pro Monat. Aber es ist so, dass nicht nur reiche Leute nach Dubai auswandern können, sondern dass es auch mit einem schmaleren Budget geht. Man muss halt Prioritäten setzen und dann kommt man eigentlich schon ganz, ganz gut durch. Wie sieht es aus mit den Lebensmitteln? Also hier muss man auch ganz klar sagen, Lebensmittel sind um einiges teurer als in Europa. Zumal hier ja fast nicht selbst produziert wird. Das einzige hier, was du an einheimischen Dingen bekommen kannst, sind vielleicht Datteln und ein bisschen Fisch. Aber der Rest wird aus den USA oder aus Europa importiert. Das heißt, man bekommt aber auch so gut wie alle Marken, die wir jetzt aus Österreich, Deutschland und Co. kennen, kann ich auch hier einkaufen. Aber die sind ein wesentliches teurer. Wir waren gerade gestern zum Beispiel im Supermarkt und wollten so ein 250 Gramm Kirschen kaufen. Das war irgendwo bei 65, die haben also über 15 Euro für 250 Gramm Kirschen. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Aber wenn ihr generell ein Gefühl dafür bekommen wollt, wie viel die Produkte hier so kosten, ich verlinke euch ein Video von meinem Kollegen Emir of Dubai. Der hat auch einen YouTube-Kanal, ist gerade aus Deutschland hierher ausgewandert. Der hat ein tolles Video gemacht zum Thema, wie viel kosten Lebensmittel hier. Schaut euch das einfach an. Wie gesagt, dann bekommt ihr ein gutes Gefühl, was hier auf euch zukommen könnte. Aufgrund dessen, dass sehr viele Lebensmittel auch relativ teuer sind, ist ein Phänomen, das man hier ganz, ganz stark beobachten kann, ist, dass sehr viele Menschen sich hauptsächlich vom Lieferservice ernähren. Also es gibt hier zum Beispiel die App Deliveroo oder auch den Insta-Shop, wo man sich ziemlich alles bestellen kann. Also man hat hier allein in der Dubai Marina, JPA-Area, wo wir zum Beispiel jetzt aktuell wohnen, da gibt es ja weit über 300-400 Lieferdienste, die einem innerhalb von einer halben Stunde alles frei Haus liefern. Und das ist in Relation gesehen teilweise sogar relativ günstig. Wenn man hier durch die Stadt fährt, man sieht hier überall die Mopeds mit den Lieferdiensten. Speziell auch im Sommer, wenn die Leute nicht so gerne rausgehen, wird auch die Insta-Shop-App sehr gerne genutzt. Das heißt, du kannst dir alles, was du möchtest, dir nach Hause bestellen. Wenn du irgendwie um drei Uhr nachts Durst bekommst und sagst, du willst jetzt einen Red Bull trinken, kannst du in die App reingehen und 20 Minuten später steht jemand vor der Haustür und liefert dir deinen Red Bull. Jetzt auch abschließend das Thema Transport. Wie sieht es so aus? Also wir persönlich, wir haben hier kein Auto. Ich sage, ich brauche das jetzt nicht. Wir bewegen uns hauptsächlich hier in und um die Marina. Und da bewegen wir uns auch meistens mit so einem Elektroscooter. Man kommt überall schnell hin. Ist auch meistens schneller wie ein Auto. Und wenn es dann doch mal irgendwo rausgehen möchte, dann gibt es Taxis oder auch Uber. Wir nutzen die Uber-App relativ häufig. Und hier muss man sagen, das ist ein wesentliches günstiger als in Europa. Also wenn ich hier, wir sind auch heute 20 Kilometer in die Innenstadt gefahren, bezahlst du dann umgerechnet 8 bis 9, vielleicht 10 Euro, je nachdem wie viel Verkehr gerade herrscht, für eine 20 Kilometer Strecke. Wenn ich das mit dem Taxi in Österreich oder in Deutschland irgendwie zurücklegen würde, kostet mich das sicher das Doppelte oder das Dreifache. Also man kann auch ein Auto relativ günstig hier bekommen. Benzin kostet ja einen Bruchteil von dem, was wir in Europa dafür bezahlen. Also das Thema Transport ist wieder etwas, wo man sich definitiv Geld sparen kann. Überhaupt, wenn man aufs Auto verzichtet und einen Roller verwendet oder sich zwischendurch auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bewegt, ist es hier absolut nicht teuer. Kommen wir nun zum Thema Wetter. Viele Leute sagen ja, die meisten flüchten ja aus Europa wegen des guten Wetters. Klar ist es so, dass du eigentlich von Oktober bis April, Anfang Mai hast ein relativ gutes Wetter. Alles was danach kommt, wird extrem heiß. Es ist auch so, dass Dubai sehr darauf ausgerichtet ist, dass man alles indoor machen kann. Das heißt auch, wenn du sportliche Aktivitäten machen möchtest, Fußball, Basketball, Volleyball usw. Es gibt überall Indoor-Möglichkeiten dafür. Also die Stadt ist schon darauf ausgerichtet. Aber natürlich muss man auch zwischendurch dann ins Freie. Und bei Temperaturen von um die 50 Grad im Juli, August ist es wie gesagt eine Hausnummer. Und man muss dafür gemacht sein. Thema Menschenrechte und Zweiklassengesellschaft. Ja, das ist ein heikles Thema. Und man muss ganz klar sagen, dass es hier einen riesen Unterschied gemacht wird, ob du ein Auswanderer bist aus zum Beispiel Europa oder aus den USA oder ob du aus irgendeinem asiatischen Land kommst. Da haben wir eine Zweiklassengesellschaft. Also du wirst hier als Europäer oder als Amerikaner sehr, sehr gut behandelt. Wenn es um das Thema Jobs geht, bekommt man hier auch tatsächlich die besseren Möglichkeiten. Und bei den sämtlichen Hilfsarbeiter-Jobs oder auch auf den Baustellen usw. werden ja hauptsächlich Südostasiaten eingesetzt, die dann auch für sehr wenig Geld arbeiten. Und das ist ja auch ein Thema, was immer wieder diskutiert wird. Es wird ja sehr oft von Sklaverei gesprochen und dass die Menschen hier unterdrückt werden. Es ist natürlich nicht alles korrekt. Das muss man ganz klar sagen, wobei in keinem Land der Welt alles korrekt abläuft. Nur von Sklaverei würde ich hier natürlich nicht sprechen. Das heißt, die Leute, die hier für wenig Geld arbeiten, ist nicht so, dass da die Araber mit dem Schiff irgendwo rüberfahren und die Leute einkassieren und sie dann hier arbeiten lassen ohne Geld. Die Leute kommen schon freiwillig hierher, weil sie eben auch hier in Dubai immer noch mehr verdienen können als in ihren Heimatländern. Sie können die Familien in ihren Heimatländern unterstützen und die wenigsten sind auch ihr Leben lang dann hier. Das heißt, sehr viele Gastarbeiter, die kommen für ein paar Jahre, schicken dann Geld nach Hause und irgendwann mal gehen sie dann wieder. Aber klar ist es so, dass Dubai den Wohlstand auch aufgrund dieser Menschen aufgebaut hat. Das muss man ganz klar sagen. Kann man stehen dazu, wie man will. Es ist leider so. Es ist aber natürlich nicht nur in Dubai so. Es gibt ja sehr, sehr viele andere Länder, die so verfahren. Nächstes Thema sind die Frauenrechte. Hier ist es auch so. Man sagt zwar immer wieder, als Frau kann man sich in Dubai relativ frei bewegen. Das ist auch tatsächlich der Fall. Das heißt, versuch mal irgendwo in einer Großstadt, in Wien, in München, in Düsseldorf, was auch immer, als Frau irgendwie nachts alleine durch die Straßen zu gehen. Das funktioniert heutzutage nicht mehr. Du wirst angeböbelt und wer weiß, was noch alles passieren kann. Sowas wird dir hier in Dubai nicht passieren. Also ich habe hier überhaupt kein Problem, dass meine Freundin irgendwie nachts alleine mal vielleicht noch was einkaufen geht oder so oder irgendwo hin marschiert. Das ist überhaupt kein Thema. Das wird dir hier nichts passieren. Aber natürlich, wenn man sich so die Einheimischen anschaut, man sieht das sehr, sehr oft, hast du als Frau per se natürlich nicht so viele Rechte wie bei uns in Europa. Das sieht man schon daran, dass wenn jetzt zum Beispiel der Mann mit seiner Frau oder mit der Familie unterwegs ist, der Mann geht immer meistens drei, vier Meter weiter vorne. Die Frauen kommen dann hinten nach. Die haben auch nicht viel zu melden hier. Ich sage mal, das hat vielleicht auch mit der Kultur zu tun, ist auch nicht auf Dubai beschränkt. Also wenn ich mir Saudi-Arabien oder die anderen Länder anschaue, ist es halt hier einfach eine andere Welt. Und das kann man akzeptieren oder muss man auch akzeptieren, wenn man hier leben möchte. Das nächste Thema, vielleicht noch ganz interessant, ist das Thema Homosexualität. Also Homosexualität ist etwas, was im Islam generell nicht gern gesehen wird, wobei man hier ganz klar sagen muss, da ist Dubai schon um einiges weltoffener als andere Emirate oder auch andere arabischstämmige Länder. Man sieht hier, speziell in der Dubai Marine oder auch in der Innenstadt, siehst du immer wieder homosexuelle Pärchen durch die Straßen gehen. Da wird auch nichts passieren. Also da wird niemandem die Hand abgehackt, da wird niemand ins Gefängnis gesteckt. Deswegen ist ganz klar, Dubai baut auf Tourismus auf. Dubai braucht die Ausländer. Über 90 Prozent der Leute, die hier auch leben, kommen aus anderen Ländern. Es ist nicht so, dass Dubai irgendwie Unmengen an Rohöl hat, ganz im Gegenteil, nur ich glaube 5 Prozent oder so. Und der Rest ist der Tourismus. Das heißt, hier wird schon geschaut, dass man sich auch sehr an die westliche Welt anpasst. Und im Vergleich zu vielen anderen Ländern haben es hier Homosexuelle, die haben es nicht schwer. Also es kann ganz normal auch ausgelebt werden. Natürlich ist es so, dass man in der Öffentlichkeit jetzt nicht rumknutschen sollte. Das gilt aber auch für normale Pärchen. Wie gesagt, das ist ein islamisches Land. Das wird hier einfach nicht gern gesehen. Es sind so ein paar Regeln, an die man sich halten muss. Und wenn man aber darauf achtet, hat man überhaupt kein Thema. Man wird auch jetzt, wenn man vielleicht mal rumknutscht in der Öffentlichkeit, man geht auch nicht direkt ins Gefängnis dafür. Es kann mal sein, dass jemand kommt und sagt, hey, lass das mal gut sein. Und dann ist das Thema auch erledigt. Und mehr passiert hier auch nicht. Ist ganz klar zu sagen. Thema Sicherheit. Ich habe gerade im letzten Punkt schon ein bisschen über die Sicherheit gesprochen. Weil hier auch sehr viel, ja, sehr viel Falschkenntnisse im Umlauf sind. Sagen wir mal so. Dubai ist definitiv eine der sichersten Städte der Welt. Man muss sich halt, wie schon gesagt, an ein paar Regeln halten. Also was hier gar nicht gern gesehen wird, ist das Thema Drogen. Also mit Drogen sollte man sich auf keinen Fall erwischen lassen. Gewalt ist auch so ein Thema. Das heißt, wenn du hier als Ausländer eine Schlägerei anzettelst, dann wirst du sofort des Landes verwiesen. Also man muss sich zu benehmen wissen. Aber wenn man diese paar Regeln befolgt, dann hat man hier absolut nichts zu befürchten. Also das auch ganz klar. Es ist sehr, sehr sicher. Natürlich, es ist teurer hier. Man bezahlt für die Sicherheit, kann man ganz klar sagen. Aber ja, es ist so, wie es ist. Dubai ist eines der sichersten Emirate weltweit. Thema Meinungsfreiheit. Das ist ja auch etwas, was sehr stark diskutiert wird. Überhaupt, diejenigen von euch, die die Jan Böhmermann-Loku gesehen haben, über die ganzen Influencer, die sich ja irgendwie verpflichten, so einen Vertrag zu unterschreiben, dass sie nur positiv berichten dürfen. Es ist so. Also man darf sich hier zu gewissen Themen öffentlich nicht negativ äußern. Also wenn man irgendwie so ein Aktivist ist oder gern auf Demos geht, dann ist Dubai kein Land für euch. Also wir leben hier in keiner Demokratie. Das ist ein Regime. Von der Königsfamilie wird dieses Land regiert und diese Regeln muss man einhalten. Das heißt, wenn du dich auch öffentlich irgendwie negativ über die Königsfamilie äußerst, dann wirst du Probleme bekommen. Ist jetzt nicht nur hier in Dubai so, ist auch in vielen anderen Ländern so. Das ist etwas, worauf man sich einstellen muss. Das ist ein Nachteil. Also wir haben in Europa viel mehr Meinungsfreiheit. Man darf zwar seine Meinung sagen. Ob sich dann auch etwas ändert, ist jetzt eine andere Frage. Also wenn wir uns das Thema Corona anschauen, immer mehr Menschen gehen hier auf die Barrikaden. Der Plan der Regierung wird trotzdem durchgezogen. Ist leider so. Aber nichtsdestotrotz ist es bei diesem Thema in Europa schon um einiges besser als jetzt hier in Dubai. Wobei man sich dessen bewusst ist und damit umgehen kann, ist es auch gar kein großes Problem. Ein Netzwerk aufbauen ist super hier. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen, die hier nach Dubai kommen, die haben auch, sag ich mal, einen gewissen Background. Die haben eine andere Denkweise als sehr, sehr viele Menschen in Europa. Und wenn es aber zum Thema Freunde finden geht, ist es hier, muss ich ganz klar sagen, der falsche Ort. Es sind sehr viele oberflächliche Beziehungen, die hier aufgebaut werden. Wenn ich sage, ich möchte hier auf ewig leben, kann man sich sicher darauf einstellen, dass das Umfeld alle paar Jahre sich wahrscheinlich extrem ändern wird, da viele Leute nur für ein paar Jahre hier sind, teilweise vielleicht ein, zwei, drei Jahre, und dann gehen die wieder zurück nach Europa oder in ihre Heimatländer, je nachdem, wo sie halt herkommen. Also abschließend nochmal gesagt, es gibt sehr, sehr viele Punkte, die für Dubai sprechen, aber natürlich auch einige Punkte, die gegen Dubai sprechen. Man muss es für sich selbst abwägen, ob einem das gefällt, ob einem das zusagt, ob man damit umgehen kann oder nicht. Wenn man damit umgehen kann, hat man hier sehr, sehr tolle Möglichkeiten. Wenn nicht, gibt es natürlich auch andere schöne Plätze auf der Welt, wo man hingehen kann, wenn man sagt, ich habe die Schnauze voll von Europa, ich möchte raus. Es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ja, das war es dann auch schon. Wenn ihr noch Fragen habt zu diesem Thema, generell ums Auswandern in Dubai, dann schreibt uns das bitte unten in die Kommentare rein. Und ich übergebe jetzt nochmal ganz kurz an die Chrissy. Das war es dann schon wieder mit dem heutigen Thema. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns ein Like da, abonniert den Kanal und wir sehen uns bei unserem nächsten YouTube-Video.